So, willkommen zurück bei einem neuen Kommentar auf dem Kanal von der Cresinius, das bin ich, hey, wer hat's gedacht? Und ich bin auch wieder nicht alleine dabei diesmal, nämlich ich hab mein erstes Duel, wenn man so will, zusammen mit dem... Commander Krieger, juhu! Hallo! So, bevor wir zum eigentlichen... Ja, hallo erstmal, ne? Ja, moin sehens, tach jens! Bevor wir zum eigentlichen Kommentar, wir kommen zum eigentlichen Thema, noch kurz hier, also, wir haben ja dieses Doppel-Duel, das erste, der erste Teil war ja schon auf deinem Kanal zu sehen, und noch kurz hier, Seatown, Domination, ich spiel mit der UMP, Schnellfeuer, ich glaub als Perks, Extreme Conditioning, Hardliner und Marksman, Abschussserien, Predator, Reaper und Payflow. Payflow! Halleluja! Genau, und, äh, ja, wir haben uns was ausgedacht, ne? Als zweiten Teil haben wir diesmal drin. Genau, erstmal für die Leute, die gerade frisch neu sind, die Cresinius Hardcore-Fanboys, ähm, das ist ein Double-Duel-Commentary, das heißt, es gibt dieses Gameplay einmal aus der Sicht vom Cresinius, einmal aus der Sicht von mir. Bei mir haben wir so ein bisschen, ähm, ja, über die Selbstverständlichkeit gesprochen, die große YouTuber verfolgt. Ja, genau. Plagt. Ja, plagt würde ich jetzt so nicht sagen. Und heute geht es bei dir, oder beziehungsweise bei dir geht es darum. Ja, was, äh, COD oder die Reihe von COD mit den, ja, seit, äh, seit MW2, äh, mit unserem Spielschluss angestellt hat. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie damals bei uns war. Genau, also, äh, du und ich, wir haben ja beide mit MW2 angefangen, du noch ein bisschen früher. Ne, du früher, oder? Nein, du. Also, der Auslöser war ja der Dirty Urse, bei uns beiden. Aber bei mir war es eigentlich der Tobi. Achso. Also bei mir. Ah, okay. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich hoffe, die kommen an. Ne, bei mir war es der Dirty Urse, äh, äh, der mich quasi dazu gebracht hat, äh, abends, äh, ja, auch mit einzusteigen in, in diese, wenn man möchte schon sagen, Mitarbeiter-Community. Also, wir, wir arbeiten ja im, oder haben damals ja zusammen im Casino gearbeitet und, äh, ja. Da nachts nicht so viel abgeht, äh, hat man nicht so viele Möglichkeiten, was zu machen und auch nicht mit wem. Und, äh, da, ja, war es halt so, dass wir dann abends zusammengezockt haben. Genau, da waren wir so eine kleine, eingeschworene Gruppe von, ich glaube, teilweise sechs, sieben, acht Leuten. Ja. Und eigentlich waren immer sechs Leute nachts online, nackt, natürlich auch. Natürlich. Und, äh, da haben wir dann mal World Warfare 2 gespielt. Ich weiß noch, ich hatte damals so, dieses PlayStation-Bluetooth-Fetzelt noch. Äh, einfach so, und so quatschen. Genau. Ja, und so haben wir damals gezockt und wir haben wirklich die Nächte durchgezockt. Jeden Abend irgendwie in der Kantine, wenn wir uns dann irgendwie in der Pause getroffen haben, ey, heute Abend wieder, yo, 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 yo. Und dann hat sich dann schon verabredet. Man ist online gekommen, die Leute waren schon da, man wurde eingeladen oder wurde gezockt bis in die frühen Morgenstunden. Genau, und es war, ja, alles war super. Also, da war es noch ein entfernter, ein entfernter Albtraum, was Hacker und sonstige, ja, FIX-Gruppen war damals noch nicht, gab's noch nicht. Doch, gab's auch schon, aber nicht so, nicht so extrem. Also, es war, es war gerade auf dem Vormarsch, sagen wir es mal. Aber es war halt noch nicht so extrem. Und wir haben damals, war so die Titeljagd bei MW2, die war ziemlich groß, wo wir wirklich uns gebettelt haben, wer welchen Titel zuerst bekommt. Wir haben eigentlich gar nicht so auf Kills geachtet, oder? Nö, also, wenn man jetzt so anguckt, also, die reine Spielzeit, die war ja, glaube ich, so bei den meisten, so, ja, sogar 15, 20, 30 Tage sogar. Aber jetzt so wirklich darauf geachtet, also, ich meine, wir wollten auch damals schon eigentlich eher, gewinnen, also, da war jetzt die KD jetzt nicht so ausschlaggebend. Genau, wir wollten gewinnen, das war so der Ehrgeiz. Und das hat richtig Spaß gemacht, also, ohne, ohne Flax, diese Zeiten vermisse ich teilweise auch. Und durch die, durch die neuen Teile, sei es dann, dann kam er Black Ops, da war es eigentlich noch, ja, fast in Ordnung, kann man sagen, oder? Ja, also, Black Ops war ich auch wesentlich erfolgreicher, also, MW2 war mein erster Shooter auf der Konsole. Da war ich jetzt doch nicht so, äh, äh, der Pro-Gamer. Aber Black Ops, ja, das, das war schon, war schon gut. Ja, weil man da auch gesehen hat, was man da noch alles, äh, ja, sag mal, an Spaß reingebracht hat. Also, dieses Versteckspiel, was es ja, äh, wodurch ja Can You Beats ist, eigentlich entstanden ist. Das ist ja eigentlich nur aus der Lust und Laune heraus, weil wir jetzt nicht wussten, ja, was wollen wir eigentlich noch machen? Genau. Und was wir gefragt haben, was zockt man jetzt? Was zockt man jetzt? Und haben uns einfach irgendwelche Challenges gesetzt und haben einfach irgendwie wirklich aus, aus Fun diese, diese Spiele gespielt. Und dann kam MW3. Ja. Da fing es dann, also bei Black Ops war am Anfang, war es ja auch ziemlich laggy noch, kann ich mich noch daran erinnern. Also, der Anfang von Black Ops war auch zum Kotzen. Da haben wir auch, glaube ich, noch eine Zeit lang MW2 gespielt. Genau, da sind wir erst nochmal kurz zurückgegangen. Und bei MW3 ist dann so ein bisschen unsere Truppe auch zerfallen, kann man sagen, ne? Ja, also ich sag mal, es war immer so ein bisschen so, ja, ein Wechsel drin, also man, dadurch, dass wir dann auch mehr über Skype gesprochen haben, als jetzt über Ingame-Chat, hat man jetzt auch nicht so sehr dann mehr im Spiel selber Leute gefunden, mit denen man jetzt sich groß unterhält. Aber es war dann halt auch irgendwo so, ja, ich sag mal, dann kam YouTube dazu, das heißt, da musste man schon mal ein bisschen was anderes gucken. War auch das ganze Game selber, hat halt nicht irgendwo, der Funke ist da nicht mehr so rübergesprungen. Genau, die Motivation hat irgendwie gefehlt. Natürlich kann man sagen, okay, es war der erste Shooter, den hat man gesuchtet bis zum Game. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso war, könnt ihr ja was ja mal in die Kommentare schreiben. Also den ersten Shooter, also Modern Warfare 2, haben wir wirklich totgesuchtet. Wir haben wirklich gesuchtet bis zum Gehtnichtmehr. Und irgendwie fehlte dann bei den neuen Teilen irgendwie so ein bisschen der Reiz. Es war viel zu neu, kam ein neues Spiel raus. Es gab gerade mal alle möglichen DLCs, die man so ein bisschen beherrscht hat. Zack, kam ein neues Spiel raus. Und man war so irgendwie, hm, ich hab jetzt gerade auch die DLCs irgendwie jetzt mal so ein bisschen beherrscht. Warum jetzt ein neues Spiel? Okay, geht man rüber, zockt ein bisschen. Auch da wieder genau das gleiche, die neuen DLCs kamen und zack, wieder ein neues Spiel. Also dann natürlich noch so Dinge wie Lag Compensation, dann dieses vermehrte Quickscope, hast du nicht gesehen. Trickshotten hier, Trickshotten da. Also wenn ich dann irgendwo sehe, wie egal wo, im Search and Destroy, zwei Bobs sich dann als Letzte darum betteln, wer denn den schönsten 920 hinkriegt. Ja, irgendwie ist es so ein bisschen schade geworden, muss ich ehrlich sagen. Also ich vermisse die gute alte Zeit, wo wir noch so quasi auch gezockt haben. Und natürlich auch dadurch, dass immer mehr Spiele kamen. Man hat sich dann noch FIFA geholt. Und immer mehr Spiele, ja, das Ganze auch zockt hat. Ja, natürlich auch mehr. Ich meine, COD ist ja auch in sich gewachsen. Definitiv, definitiv. Aber auch die anderen Spieler, das heißt, man muss sich ja immer wieder auf ein neues Spiel einlassen. Das Handling ist immer anders. Die bauen ja immer irgendeinen neuen Scheiß ein, den ich eigentlich kein Schwein brauche. Ganz ehrlich, MB2 oder Modern Warfare 1, das sind Spiele, die machen so viel Spaß, wenn man sie heute noch vernünftig spielen kann. Weil sie einfach sehr, wirklich gut ausbalanced sind. Ja, sie sind simpel. Sie haben halt, genau. Klar, es gibt die UMP, die die overpowered ist, so gesehen. Klar, es gibt die Tubes. Es gibt die Commando Knife Runner. Es gibt die Quickscope. Aber das war uns damals Schnuppe. Wenn man jetzt sieht, wie viele... Also, wenn man jetzt sagt, was mich bei MB2 stört. Okay, man hat die Tubes, man hat Kommando, man hat die Quickscope. Das sind drei Punkte. So, drei Punkte, die mich so gesehen stören. Vielleicht noch ein bisschen die UMP, sagen wir mal vier Punkte. Wie viele Dinge stören mich bei Black Ops? Da bin ich schon bei 18. Ah. So, das Spiel war wesentlich simpler, strukturiert. Ich meine, guckt euch mal die alten COD-Teile an. Da gab es drei Abschlussserien. Da gab es nicht irgendwie hier, stell irgendeinen Scheiß ein. Auch die Perks. Was hast du bei MB1 für Perks mitgenommen? Ja, das, was du gerade eingestellt hast, irgendwie wo du drauf gekommen bist, wo du von der Tastatur her rutscht bist oder so. Da hast du auf die Perks geschissen. Ja, das ist alles solche Punkte und das Gameplay ist auch schon vorbei. Also, wir haben uns von hier richtig verquatscht, möchte ich sagen. Wie seht ihr das denn? Genau, du nimmst mir die Worte schon vorweg. Wie seht ihr das denn? Habt ihr damals, seht ihr das genauso? Oder sagt ihr, wir machen die Spiele immer noch Spaß? Ich kann das neue COD gar nicht erst erwarten. Ja, schreibt es einfach mal unten rein. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Sag, bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Und die letzten Worte gehören eurem, unserem Commander. In diesem Sinne ein Gutschuss, meine Kinder. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Untertitelung des ZDF, 2020